Hallo und herzlich willkommen zu Sims 3 und mal gucken. Den hier werde ich vielleicht zum zweiten Event bringen. Zum zweiten Event war ja eigentlich eine Sims 4-Folge gedacht, aber die ist ja eine Größwurst, weil da ja urheberbedenkliche Musik gerade ist, wo ich die ja gekauft habe, aber mir fehlt halt die Lizenz noch zu. Die habe ich halt nicht erworben, da habe ich einen Fehler gemacht. Das habe ich zwar jetzt nachgeholt, aber jetzt sind die Videos gesperrt worden und ich habe sie auch schon gelöscht. Ja, aber ein Streik bleibt mir auf jeden Fall erhalten und es kriegt auch nichts weg, dass ich das Video lösche. So, ich weiß nicht, wie ich da Widerspruch einlegen kann noch. Ja, wir spielen hier mit den Jan Timmermann und den Simon Timmermann. So. Das sind jetzt unsere Spielfiguren und mal schauen, was wir da machen. Ach ja, wie sieht der aus hier. Alles klar. Okay. Könnte ich mal rasieren, ne? Aber gut. Aber er räumt auf. Äh, seine Haare sehen scheiße aus, irgendwie. Habe ich die Haare auch skidiert? Ah ne, da finden die Texte, wenn man weg geht, dann glänzen die Haare so komisch. Das wird sich wochenlang nicht gewaschen, nicht? Ja? Das ist irgendwie ein Bug. In dieser Frisur ist irgendwie ein Fehler. Nicht so schlimm. So, was ich jetzt machen wollte, ist natürlich ein bisschen weihnachtlichen Player hier reinbringen. Ich hoffe, ich finde die richtigen Items dafür. So, was ist das? Das ist das so. Wo finde man Dekoration? Lampen, wenn ich nicht. Bilder, Poster? Nein. Uhren? Hm. Pflanzen? Komoden? Hm. Hm. Video-Spiele. Audio. Audio haben wir auch nicht. Wir haben ja keine Musik anhand. Wenn wir damals immer anfangen, wir haben ja auch ein bisschen Musik anhand. Aber das ist gleich das ganze Geld weg. So teuer. 150 hier, so einen kleinen Klippack. Jetzt haben wir ja auch keine Musik hier. Wir haben ja auch eine Gitarre hier, ja. Mhm. Da kommt das hier mit Dekoration aus. Ist alles nur Pflanzen? Wir brauchen ja auch eine Pflanze, sprich den Dammbaum. Outdoor, ja. Das ist ein Outdoor. Gut, den stellen musst du schon mal hier ausmachen, ne? Oder? Oder? Da ist ein Dammbaum. Ne, da ist ein Dammbaum hier drin. Outdoor. Wo finde ich denn Dammbaum solche Sachen? Das wäre... Ähm. Mhm. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich auch gar keinen Dammbaum in meinen... Jetzt müssen wir doch den Außen-Dammbaum einfach mal nehmen. Erstmal. Ich müsste dann mal ein paar Zusätze installieren, ne? Die Frage habe ich jetzt auch nochmal die Kaffee gedrückt. Hm, das hier ist heute Frontal, das ist kein Tambom. Hm, das hier ist heute Frontal, das ist kein Tambom. Ja, krass. Haben wir nur so Blumen? Mhm. Also ich wollte keinen nachkaufen. Äh, ich suche mal den Tammbaum. Was ist das? Outdoor. Kann ich drinnen nicht hinstellen. Outdoor geht auch drinnen hinstellen. Bist du? Kann man auch drinnen hinstellen. Ist ja nur Rot. Ja, stellen wir uns halt so ein Ding da hin. Pflanzenkästen... Irgendwas, ne? Ah. Was ist das? Ein alter Brunnen hier, ist ja krass. Schön. Aha. So einen scheiß ich hier habe. Einen richtigen Tambom habe ich nicht da. So. Alles. Ich habe einen Tambom. Einen mit denen hier. Ach je. Ach je. Schade. Mist. Töppich. Ich sehe auch nicht wo ich das jetzt finden könnte. Lampen. Ist ja als Lampen abgelegt von der Tambom. Wäre ja wirklich. Wegen dem vielen Lichter. Ich sehe ja nichts. Seht ihr da was? Ich sehe ja nichts. Hm. Ohne Sitze? Was ist das so? Das ist das Seegassambigante. So kann das sein. Bilder und Poster. Nochmal pflanzen. Hier auch wieder mal pflanzen. Immer nur die Außenpflanze. Hier für Innen. Ein... Verschiedenes. Das ist das denn. Hm. Es gibt ja schon viel hier. Aber nicht das ist die Stube. Aber ich kann noch die Abständige Stube. Das ist eine ganz tolle Christmas Folge hier. Tot langweilig. Ich bin hier nur in Suche an. Ah, hier ist irgendwie Kanta Maum bei. Oder kann ich es nicht leisten? Hier, Kanta Maum. Schatz. So bin ich nicht glücklich. Was ist denn hier? Willkommen. Ach toll. Was ist das? Zeitung. Ah. Das hat irgendwie Geld nicht braucht. Wie guckst du die Bücher aus? Das sind Bücher? Das sind aber keine Bücher. Die Blende oder was? Das sind Pfeile. Das soll das aber angeblich Bücher sein. Was ist das hier? Ja. Was ist das hier? Ja. Ja. Hier so zum Beispiel rauf. Passt nicht darauf. Ach klasse. Da rein zum Beispiel. Ah, das macht aber wenig Sinn. Hm. Das bringt uns aber nicht weiter. Das bringt uns nicht an den Tammraum ran, den wir haben wollen. Das ist kein Stück weiter. Und dann auf. Ja. 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 Das sind wir trotzdem so einen nach innen. Was soll's? Dann ist das übrig. Kann man das noch gebrauchen? Was ist das? So, das müssen wir hier so hinstellen, ne? Was kostet das Geld? Was kostet das? Stadttheater. Gestohlen... Gestohlen... Ach, sie ist gestohlen? Och. Wie ist das denn gestohlen? Das sind wir doch nicht, ne? So. So. Ah, da ist rum. Oh. Huch. Freilte Tassen. Kann ich sagen? Der ist noch nur ein bisschen. Wieder so, oder? Guck mal. So, wie eine Laterne. So. Okay. Alles klar. Das haben wir. Äh, fertig. Achso. So. 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 What does? Keine Tanne bei. Okay, schade. so hat genau ist ja nie mit tanne in der wohnung so das ist ja noch nichts schönes haben wir irgendwas machen können so wie zu dekorieren habe hier nicht gerade muss ich sagen tschuldigung das ist kein besonderes jetzt wieder ein bisschen baby kram haben wir hier noch das und das und ich kann doch nichts auf wäsche kaufe das das war das ist die operation hier oben so Oh, tue ich da. Oh, tue ich da. Oh, da. Sobald. Hm, das ist die Koalition, ne? Oder nicht. Schau, komm schon da. Oh, da. Dieser Turm hier, ne? Wo ist denn der eigentlich? Ne? Was ist das? Hast du so ne... Nee, schau, was kostet. Schön, schau, ja. Deswegen sind wir nicht erwähnt. Wir wollen was anderes haben. Klinke Schecke oder so? Wann, 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 wann. So, wenn wir hier jetzt mal wissen, durchblättern, haben wir hier vielleicht was zwischen? Ich weiß nicht, ob wir hier raus raus, ob wir was finden, ey. Was ist das? Tortur, schön, was? Oh ja, das ist gut. Ich glaub mir die Kinder zu machen bringen. So, Liebensbilder und so. Herrlich. Schön einfach. Super schön. Der Spiegel. Fenstervorhänge. Teppiche. Dachdekorationen. Okay. Skulpturen. Auch eine Wanderskulptur. Pavillon. Äh, Fuchs. Fuchs, äh, Papierchen packen, klar so. Ist das? So. Ja, also Schatzgeschenke. Da werden wir sehen, dass ist noch irgendwie ein Weihnachtsbaum für Sims 3. Und da laden wir den Baum nochmal ein bisschen um. Und jetzt erstmal. Was ist das? Was ist das? Krasser Scheiß. Huh. Okay. Aber hier noch? Fälle. Ja. Ja. Im Auto. Und hier so runter. Oh, jetzt ist aber auch ein bisschen dicklos. Das ist so gut. Mhm. Was ist das? Oh ja. Das ist toll. Toll. Hier. Fieser. Fieser. Das gibt hier. Ah ja. Oh, es ist noch ein Bücher. Das sind ja diese Pfeile. Ja stimmt. Da haben wir ein bisschen Pigmatz hier, die die Wohnung fliegen könnten. Das ist eine Flagge. Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Die Upper Box ist doch schön. Also. Das passt gut dahin, ne? Mhm. Kitchen. Zuck das. Die Küchen-Säure. Ich hab aber hier so. Was? So gut ran. So. Mal so was unter den Baum haben. Wir müssen das hier auch ein bisschen weiter weg vom Baum stellen. So. Nein, nein. Den Baum ist gar nicht sichtbar. Den Baum haben wir auch gerne noch ein bisschen rund gemacht, aber das geht leider nicht. die Küchen-Säure. Jetzt fülle ich mich gerade so hin. Und die Küchen-Säure. Und da. Das ist es dann. Das ist so. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. 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 Wie ist es nicht? Sooo, herrlich, hmmm, die Weihnachtliche ist dabei, echt hoff, nix dabei. Schade, wäre schade, ja schade, so gut so ein, das liegt zusammen hier. So, was ist denn hier, Schlusskanal, krass. So, was ist denn, was ist denn hier, was ist denn hier, das ist echt schade hier. Alles klar, also mehr gibt es gerade nicht, tut mir leid. Ich versuche dann baldmöglichen Absätze hinzubekommen, dass wir hier auch adäquat, was ist das? das ist ein bisschen verdreht so ja nicht, da kann ich leider nicht am Morgen äh, hab noch äh, geh weg weißt du, wie du die ganze Zeit anguckst, hallo? geh weg, hab ich gesagt nein, will ich nicht, so, geh ich erst weg geh nicht weg so das Leisamt zu anbauen, hab ich nicht so, geh nicht weg hätten dann, ne? geh nur hm wie schade das Leisamt zu anbauen, hör ich nicht also, so gute Idee ist dann aber... oh, das passt nicht so sehr in die Wohnzimmer oh, schauen wir den Baum bisher an hier, so so, Baumung gestrahlt das kann man nicht tun dann gehen wir wieder zum Spielmodus über da haben wir so ein bisschen was hingestellt so ich kann hier mal aufräumen dann hier, äh, bezahlen ich kann hier, äh, bezahlen ich kann hier, äh, bezahlen da haben wir endlich, äh, äh, ähm, Musikauswahl dann hier, umschalten und schalten auf nur zu definierte Musik, was haben wir denn nur zu definierte Musik? äh äh Indie, Pop, Elektro, Kinder, Hip-Hop, Latin leider keine Weihnachtsmusik, echt nur zu definierte Musik, weiß ich gar nicht diese Sendung ist bereits eingeschätzt ich weiß ja nicht, wie man das ist Hip-Hop, Latin ja ok, dann muss ich an was hat er? hat was gegen diesen Bursch? Papa, kein Problem, warte mal, warte mal, warte mal können wir nicht drum, können wir sofort drum der Bursch ist scheiße, ne? tschüss, weg, bist du wohl du magst Büsche nicht, ey, ich mach auch keine Büsche weg mit den Schnatter, weg mit den Schnatter hier, zack, zack Fischl, Fischl ist weg zufrieden? also auch nur zwei, kommt den einzelnen auch noch weg mann jetzt, zack, weg, so, so ne scheiße siehst du wohl, weg mit den Grundzeug kein Problem naja das ist ganz weichend, ne? jetzt kommt deine Gitarre zu fehlen muss man das jetzt mal ausschalten, ne? die Gitarre gut ja, gut ähhh dann warten wir noch bis der Bangle wieder zurück ist der muss auch leeren beschleunigen wir mal so und dann mach ich auch ne Aufnahmepause wir müssen noch im Film weiter gucken und da muss ich überlegen ob ich das hier in einer Stunde so so das ist doch hier um genau baut ab wir haben keinen Haushalter, ne? die sich hier um die um die um die Bude kümmert alles selber machen oh gut, der Bangle ist ja gleich zu Hause mit dem können wir gleich aufräumen oh man ich stammle mir an Scheiß zusammen so, okay auf den Bangle auf den Simon umspringen da müssen wir mal schauen schade keine Warnersets okay äh, entspannen ein Bett machen Bette machen und zwar alle Betten machen Bett machen Bett machen und dann hast du bestimmt noch Hausaufgaben auch vermutlich mal ganz stark hab dann legt er so äh so Hausaufgaben machen das machst du mal im Schnelle so warte mal die Betten so Hausaufgaben, herrlich wie sieht denn hier sein Stadus aus? oh, Hygiene? er braucht ein Bad ja, hier ist auch ganz unten er ist fertig okay dann nimm mal ein Bad ein Bad nehmen ja, ja, ja erst mal geh mal baden du bist dreckig stinkstiefel hier ist der Pixelblock noch da gut so dann wird er mal sauber machen wir den Toro anlegen hier, damit du schnell sauber wärst oh monsterträglich boah, du lange hier 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 gehe ich mal am Bett schlafen schlafen ja, geh doch hier schlafen 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 da wird Viertel wann? oder war keiner da? klar schläft so aber wir machen jetzt an dieser Stelle Pause und ich ich guck mal ob ich hierfür ein bisschen Weihnachtsdeko kriege alles klar habt euch wohl bis demnächst irgendwann ciao schlafen